Die Schwarzach ist ein etwa 21,4 Kilometer langer linker und östlicher Nebenfluss des Mainz. Name Der Name Schwarzach setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern Swartz und Ahr zusammen und bedeutet Schwarzer Fluss. Im Jahre 1003 ist der Flussname als Swartz Ahr bezeugt. Er ging auf die Orte Oberschwarzach, Stadelschwarzach, Münsterschwarzach und Stadtschwarzach über. Geografie Die Schwarzachquelle Die höchstgelegene Quelle der Schwarzach ist die des Seedbrunngrabens am Stolberg im Steigerwald. Als Handthalerbach fließt er durch die Ortschaft Handthal nach Oberschwarzach. Als Schwarzachquelle wird jedoch ein Karstquelle am südöstlichen Ortsrand von Oberschwarzach bezeichnet. Der hier beginnende Wasserlauf vereinigt sich nach nur ca. 200 Metern mit dem längeren Handthalerbach. Der mit Wasserpflanzen bewachsene Quelltrichter der Schwarzachquelle wird im Volksmund auch Gespringsquelle oder Gipsloch genannt. Die durchschnittliche Schüttung dieser Quelle beträgt 5L. Das sulfatreiche Quellwasser entspringt dem Gipskäuper. Nach der Schwarzachquelle fließt die Schwarzach durch Oberschwarzach, Bimbach, Brunau, Neuses am Sand, Stadelschwarzach, Laub, Reupelsdorf und mündet bei Schwarzach in den Main. Unmittelbar nördlich der Abtei Münster Schwarzach und rund 700 Meter vor der Mündung der Schwarzach in den Main mündet der nach der Wasserführung, nahezu ebenbürtige Kastellbach ein. Die Bundesstraße 22 verläuft vom Steigerwald bis zum Main, parallel zur Schwarzach-Kanal. Die Abtei Münster Schwarzach nutzt über einen im 12. 13. Jahrhundert angelegten und im 20. Jahrhundert erneuerten Kanal die Wasserkraft der Schwarzach. Seit 1960 wird in einem abteileigenen Wasserkraftwerk Strom erzeugt. Der Rücklauf des Wassers in die Schwarzach erfolgt auf Höhe der Schweinfurter Straße hinter dem Kaffeehauen, Zuflüsse Breitbach, Brünauer Graben, Neudorfer Graben, Schönbach, Solbach, Altbach, Sadelsbach, Marbach, Bernbach, Seeflussgraben, Kastellbach, Flusssystem Schwarzach. Siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach.